Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen, immer noch nicht Let's Play, zu einer neuen Folge, mir der... Was'n? Ja, genau. Wir müssen jetzt gehen. Am besten in die andere Richtung. Oh, shit. Da. Ich muss... Da lang. Fieldstore. Ich glaube, ich gehe falsch. Ja, tu ich. Was habe ich gemacht? Ey! Zum Spiel zurück. Ich glaube, es ist ein Schneesturm wieder. Ich komme schlecht voran. Ich sehe aber auch hier ist echt gar nichts. Fieldstore. Warte, 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 vier... Lass mich rein. Und hier ist es nur noch ein Stückchen zum Wassertag. Ja, es ist ein Sturm wieder. Verdammt. Es ist also Selbstmord hier hinzu... äh... Jetzt sich herumzutreiben. Gut zu wissen. Hätte ich mal auf die Wetterlage geachtet. Hätte ich mal Nachrichten geguckt. Ja. Ja. Oh, ich habe Seile. Ich könnte mich selbst erhängen. Sie haben einen neuen Gegenstand. In ihren Wetter. Das ist schön für mich. Einmal orientieren. Ja. Wasser, genau. Da wollen wir hin. Toll, jetzt haben wir keine Batterie mehr. Verdammt. Der Wind lässt uns nicht gerade laufen. Also wir können nicht gerade laufen wegen dem Wind. Wir frieren gerade ein. Ah, Tür. Ich wurde von der Tür weg... ja, von der Tür weggeweht. Ja, so gesehen ist es ja richtig. Wo sind wir hier? Ein Rotlichtmilieu. Ist das hier rotes Licht? Ich kann nichts mehr. Ein roter Ball. Witzig. Ja, wir haben mal eben minus 90 Grad wieder. Oh, Kerosin. Dankeschön. Ich weiß nicht, wo ich hingehe, wo Alice liegen kann. Sie hat zwar ihre Gründe, doch das geht mir gar nichts an. Was ist hier kalt? Ist hier kalt? Oh, wir müssen die wärmen. Komm, kuscheln. Komm, kuscheln. Ich meinte sie, aber sonst... Ach, Mädel. Ich weiß nicht, wo ich bin, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo ich bin, ganz ehrlich. Du bist so doof. Du bist so doof. Du bist so doof. Warum ist hier alles rot auf einmal? Ja, wir haben einen Notstand, das wissen wir. Ich stehe in Not. Kein Notstand. So doof. Wir können keine Birnen einsammeln. Aber was ist, wenn ich Hunger habe? Ja, 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 ja. Filtration. Was ist denn das, bitte? Ach so, Filtration. Filtern. Das hat jetzt etwas gedauert. Es tut mir leid. Gero, sie hin. Dankeschön. Na, ihr seid ja lustig. Ja. Oh, ich friere wieder. Bitte kein Loch im Fenster, bitte kein Loch im Fenster. Ich muss mich wärmen. Bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier, bitte. Nein, es funktioniert nicht. Das heißt, ich muss wieder hoch. Verdammt. Das jetzt, wo ich nichts mehr sehe. Oh, jetzt ist hier nur noch ganz wenig. Das schaffen wir. Ah, du bist so doof. Ich kann dich lenken so. Du bist so doof. Wenn ich sterbe, ist das deine Schuld. Ja. Boah, das war knapp. Boah, das war knapp. Du bist so doof. Ganz ehrlich. Ja. An sowas hab ich auch mal gedacht, aber im Sommer? Ich weiß. Eine schöne Abkühlung spiele ich. Oh, du bist so doof. Echt? Du bist so doof. Echt? Du bist so doof. Über meinen Saft. Willst du mich verarschen? Nein. Ich komm dir da gleich rüber. Aber sonst... Ihr Säcke. Ihr Säcke. Intake. Ja, du bist an meinen Füßen. Ich merk's. Wir füßeln gerade. Ja. Ja. Mhm. Boah, warum sind alle Kisten leer? Oh, Kerosin. Wieso hab ich das nicht gesehen? Ich weiß, Mädel. Du frierst. Ich weiß, Mädel. Du frierst. Hallo, Mädel? Hallo. Ich kann grad nix machen. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Das ist echt jetzt ein Scherz, oder? Ich weiß, dass du frierst. Ich würde dir auch eher gerne helfen. Ach, auf einmal geht's doch... Nee, das Spiel wollte nur nicht reagieren. Kann ich den Hammer nicht mitnehmen? Ganz ehrlich, ich weiß langsam nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Ich hab auch keine Ahnung, wo ich bin, um ehrlich zu sein. Aber wenn's hier um Filtern geht, dann muss ich ja beim Wasser sein. Oder nicht? Ja, ich weiß noch nicht. Ops, das war mein... Oh, nicht schon wieder frieren, Mädel. Nein. Nein, vor allem nicht bei einem Schneesturm, wo es minus 90 Grad ist. Jetzt sind wir wieder hier. Wo komme ich her? Ich habe einen Wassertank, ich habe einen Wassertank. Fuck. Fuck. Ich hasse euch. Wassertank. Kann hierher nicht abgelegt werden. Ah, aber hier. Ja, ich weiß, du frierst. Ah, das können wir nicht zumachen. Verdammt. Ich sehe nichts. Schnell aufwärmen. Dankeschön. Oh, danke schön. Du bist meine Lebensrettung. So, einen Wassertank habe ich. Den muss ich jetzt zur Garage bringen. Verdammt. Verdammt. Wie soll ich den jetzt vor Garage kriegen? Aber ich kann hier. Aber ich kann ja jetzt schon auflöten. Ja. Ja. Einmal orientieren. Wir müssen jetzt wieder in die andere Richtung. Weiter. Da lang. Also raus und dann da lang. Fragt sich nur, wie wir rauskommen. Ich sag jetzt nicht so, wie wir reinkamen. Ich sag jetzt nicht so, wie wir reinkamen. Und hier kommen wir. Verdammt. Ah, wir frieren. Wir dürfen nicht frieren, bevor wir losgehen. Sie friert immer noch. Wir lassen den Wassertank einmal hier. Wir müssen uns einmal aufwärmen gehen. Das nützt ja nix. Ja, Mädel, nicht mehr lange. Verdammt. 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 Wieso können wir uns nicht aufwärmen? Wieso können wir uns nicht aufwärmen? Ah, weil die Tür offen ist. Doof. Der Raum muss ja abgedichtet sein. Und wir überziehen gerade drastisch. Okay, da beenden wir eben einmal die Folge. Hat mich sehr gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.